Sie suchen ein komfortables Auto mit genug Platz für die ganze Familie, aber trotzdem mit geringem Kraftstoffverbrauch? Dann könnte dieser Toyota genau das sein, was Sie suchen. Es ist ein Hybridauto, deshalb verbraucht es nur wenig Kraftstoff. Dieses Auto ist mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und Servolenkung ausgestattet. Möchten Sie dieses Auto selbst erleben? Dann klicken Sie hier, um einen unserer Mitarbeiter zu kontaktieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017